In den vergangenen Jahren hatte die Transplantation von Schweineherzen als Ersatzorgan für Menschen für Schlagzeilen gesorgt. Ende März ist erstmals eine Schweineniere erfolgreich verpflanzt worden. Welcher Aufwand war dafür nötig? Sind Tierorgane eine echte Alternative zur Spende durch Menschen? Und wäre es in diesem Zusammenhang sinnvoll, auch in Deutschland die Widerspruchslösung für Organspende einzuführen? Ich bin Susann Böttcher, Redakteurin und Moderatorin bei MDR aktuell. Alle 14 Tage, immer donnerstags, sprechen wir mit dem Arzt und Wissenschaftler Professor Alexander Kekulé. Wir liefern Schwerpunkte zu aktuellen Gesundheitsfragen und gehen auf Ihre Themenwünsche ein. Zu hören, wie immer, werbefrei in der App der ARD Audiothek und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Hallo Herr Kekulé. Hallo Frau Böttcher. Etwas indiskrete Frage zum Anfang. Sind Sie tätowiert? Solange Sie das jetzt nicht überprüfen wollen, ist es ja nicht so indiskret. Ich bin tatsächlich nicht tätowiert. Erstens, weil ich immer denke, vielleicht will man, egal was man sich da machen lässt, das ein paar Jahre später dann nicht mehr haben. Und zweitens habe ich irgendwie Angst davor. Ich glaube, ich habe da mehr Angst vor, als davor, Organspender zu sein. Damit sind wir beim Thema. Ich frage nicht umsonst nach dem Tattoo. Es gibt nämlich ein neues Motiv. Das sieht aus, also es ist ein Kreis und zwei Halbkreise, dass man im Falle des eigenen Todes bereit ist, Organe zu spenden. Soll das heißen? Mehr Informationen darüber gibt es auf jungehelden.org. Weitere Möglichkeiten über das neue Online-Register und den Organspendeausweis. Darüber reden wir in dieser Ausgabe natürlich auch noch. Doch zunächst der Fokus auf aktuellem Aus der Wissenschaft. Ich hatte es angesprochen, in Boston wurde im März Pionierarbeit geleistet. Erstmals erhielt eine lebende Person eine genetisch veränderte Schweineniere. Ich stelle den Patienten mal kurz vor. 62 Jahre alt, Typ 2 Diabetes, Bluthochdruck. 2018 bereits eine menschliche Spenderniere erhalten. Es gab aber immer wieder zunehmende Probleme, auch bei der Dialyse. Und deshalb hatte man ihm vorgeschlagen, eine Schweineniere zu transplantieren. Professor Kekulé, was ist denn dafür alles nötig? Es ist nicht ohne, ne? Oh weh. Ja, also was da passiert ist, das war ja die erste Schweineniere, die da in Boston transplantiert wurde. Das ist quasi, was da nötig war, sind 20 bis 30 Jahre Forschung, die vorher gelaufen sind. Also ich kann mich erinnern, das Thema Schweine als Organspender zu verwenden und dann genetisch entsprechend vorzubereiten, damit die Organe nicht abgestoßen werden. Das wurde auf den Fluren schon am Max-Planck-Institut diskutiert, als ich vor langer Zeit meine Doktorarbeit gemacht habe. Da gab es übrigens auch in Deutschland einen relativ wichtigen Beitrag dazu, und zwar die sogenannten Minischweine, Miniaturschweine, Minipigs. Die wurden, oder einer dieser Stämme von den Minipigs wurde in Göttingen gezüchtet. Und die waren da Pioniere, die Schweine dieser Göttinger Minipigs wurden in die ganze Welt exportiert. Das war zu der damaligen Zeit schon. Warum? Weil man, wenn man Tierorgane hat, die müssen ja irgendwie passen, nicht? Also wenn sie so ein Elefantenherz jemanden einpflanzen. Und bei den Schweinen gibt es viele Gründe, warum so ein normales Hausschwein oder gar ein Wildschwein nicht so praktisch ist für die Forschung. Und darum hat man eben damals, ich meine so seit den 70er Jahren, schon diese sogenannten Minipigs gezüchtet. Diese Minischweine, die ziemlich hässlich sind. Die haben so einen Hängebauch und sind so eine komische stumpfe Nase. Nein, nein, nein. Kein Bodyshaming. Ja. Sie haben natürlich einen total guten Charakter und sprich, Achtung, Wortspiel, ein gutes Herz. Ja, aber diese Minipigs, die werden eben speziell oder insbesondere für die Forschung verwendet. Und wie ich gehört habe, sind sehr beliebt als Haustiere. Also in den USA gab es in einigen Gemeinden sogar Prozesse von Leuten, die ihre Minipigs dann in der Straßenbahn oder im Bus mitnehmen wollten. Straßenbahn haben die nicht so, aber im Bus mitnehmen wollten. Und eigentlich war das Mitnehmen von so Herden, wie sagt man, so Nutztieren verboten. Und dann gab es dann Sonderregelungen für die Minischweine. Wahrscheinlich sind die auch schon geflogen in der First Class irgendwo. Wir wissen es nicht. Eins zu eins kann man die aber trotzdem nicht übertragen, wenn es auch von der Größe her passt. Da müssen noch genetische Veränderungen vorgenommen werden. Wie aufwendig ist das denn? Naja, das ist so. Unser Immunsystem ist natürlich ständig sehr, sehr wachsam darüber, dass nichts Fremdes in uns hineinkommt. Also so das klassische Konzept der Immunologie sagt ja, dass das Immunsystem zwischen selbst und fremd unterscheidet. Und könnte man jetzt lange darüber reden, dass die moderne Immunologie dann ein Stück komplizierter geworden ist. Aber so von der Basis her heißt es, wenn ich ein fremdes Bakterium im Körper habe, dann wird das eben abgestoßen. Oder wenn ich irgendwo einen Seeigelstachel mir eingetreten habe im Sommer, dann wird der eben rausgeeitert, weil der was Fremdes ist. Und das passiert dadurch, dass das Immunsystem bestimmte Strukturen auf der Oberfläche unserer eigenen Körperzellen erkennt. Das sind insbesondere sehr große Zuckermoleküle. Und dann sieht, aha, das gehört zu mir. Das ist sozusagen mein Stempel, meine typische Marke, die ich da habe. Und wenn die dabei ist, dann lasse ich das, was da ist, in Ruhe. Und in allen anderen Fällen wird also gnadenlos angegriffen. Und wenn man sich vorstellt, da käme jetzt so eine Schweineniere und wird plötzlich eingebaut irgendwo in den Körper, dann ist das natürlich ein riesiges Organ, was eben fremd ist. Und das würde sofort vom Immunsystem zerstört werden, auf die brutalste Tour. Der Patient würde allein an dieser immunologischen Reaktion versterben, wenn man das einfach so einpflanzt. Und darum muss man eben zwei Dinge machen. Traditionell bei jeder Transplantation, auch wenn es von Mensch zu Mensch ist, das nennt man dann Allotransplantation, wenn es von der gleichen Spezies gemacht wird, da muss man immer hinterher leider Medikamente geben, die die Immunantwort unterdrücken. Und zwar ein Leben lang, solange das Transplantat drinnen ist. Und bei der Transplantation vom Tier ist die Immunreaktion natürlich noch viel stärker. Das nennt man Xenotransplantation. Also Xenos heißt fremd auf Griechisch. Und die Xenotransplantation, also von einer fremden Spezies, da gibt es ganz, ganz viele Oberflächenstrukturen auf diesen Zellen der Schweine. In dem Fall insbesondere eben diese Zucker, die also sofort angegriffen würden vom Immunsystem. Und darum hat man schon seit Jahrzehnten eben überlegt, wie man die Tiere genetisch verändern kann, dass die dann menschenähnlicher werden. Man sagt dann tatsächlich humanisiert. Also das wären sozusagen humanisierte, zu Menschen gemachte Schweine. Und seit einigen wenigen Jahren eigentlich gibt es ja diese neue Methode CRISPR-Cas, bei der es so ist, dass man wesentlich einfacher als vorher gentechnische Veränderungen vornehmen kann, auch in der Weise, dass die dann vererbt werden. Das heißt also, wenn ein Schwein gentechnisch verändert wurde, vererbt es diese Eigenschaften an seine Nachkommen. Und mit dieser Methode hat man eben jetzt so, ich sag mal so seit drei Jahren ungefähr angefangen, ganz systematisch diese Mini-Pics so zu verändern, dass man, egal welches Organ man ihnen entnimmt, eine wesentlich abgeschwächte Immunabstoßungsreaktion bei Menschen hat. Wir hatten da Anfang November, genauer gesagt am 2. November in Kekulis Gesundheitskompass schon mal drüber gesprochen. Wenn diese Genschere jetzt angesetzt wird, an wie vielen Punkten muss das denn passieren, damit das Schweineherz, die Schweineniere beim Menschen anwächst, damit das funktioniert? Also wir sind da ganz am Anfang einer Entwicklung. Also man kann jetzt mal so grob sagen, das sind so die allerersten Pioniere, so wie die allerersten Autos, muss man sich vorstellen, oder ersten mit Motor betriebenen Fahrzeuge, wo heute keiner mehr einsteigen würde wahrscheinlich oder höchstens noch aus Nostalgiegründen. Und diese allerersten Bestrebungen sehen so aus, dass einige Gene verändert werden, nicht alle, die man verändern müsste. Man kennt drei Zuckermoleküle. Ich hatte es vorhin schon gesagt, das sind biochemisch gesehen Zucker. Man hat ja immer Fette, Zucker, Proteine, also Eiweiße oder auch Nukleinsäuren, also wo das Erbmaterial daraus besteht. Und von diesen großen Kategorien in der Biochemie, da sind das eben die Zucker, die insbesondere das Immunsystem anstoßen. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel es so Allergien gegen Staub und gegen Mehl gibt oder gegen irgendwelche Milben und sowas. Das sind immer die Zuckermoleküle auf der Oberfläche dieser Allergene im weitesten Sinne, ob das Tiere oder irgendwas Totes ist. Und da gibt es drei Zucker, von denen weiß man schon ganz lange, wenn die da drauf sind, dann stürzen sich die Fresszellen, die Makrophagen heißen, die stürzen sich dann wie wahnsinnig sofort auf die Zielzellen. Und diese drei Zucker, ich will jetzt den Hörern ersparen, wie die heißen, aber die Biochemiker kennen die, diese drei Zucker, die werden eben durch typische Enzyme, spezialisierte Enzyme zusammengebaut. Die werden zu so langen Ketten quasi zusammengebaut. Und die heißen Galactosyltransferasen, also das sind so Enzyme, die diese Ketten herstellen. Und dieses Enzym, was ganz speziell für das Schwein ist und wo der Mensch eben ein anderes hat, das macht man kaputt. Drei Stück macht man da kaputt. Und dadurch sind schon mal die wichtigsten Dinge auf der Oberfläche weg. Also die Suppe ist da sozusagen nicht mehr krass scharf, nicht mehr krass zu süß, nicht mehr krass salzig, aber sie schmeckt natürlich trotzdem dem Immunsystem des Menschen nicht so richtig. Was man auch machen muss ist, oder was man zusätzlich macht, ist so ein bisher bekanntes Portfolio von sieben weiteren Genen zu verändern. Das sind solche, die was mit der Immunantwort zu tun haben. Also mit diesen Proteinen, die die Immunsignalisierung machen, die Signale weitergeben zwischen Immunzellen. Da gibt es bestimmte typisch menschliche Proteine, die, sage ich mal, unsere Immunreaktionen verhindern, wenn sie vorhanden sind. Und die baut man bei den Schweinen ein. Und da weiß man auch, wenn man das macht, wird es ein bisschen besser, wird die Immunabwehr ein bisschen verbessert. Und das Dritte, was man macht, was witzigerweise eigentlich die Hauptarbeit ist, bei dieser Arbeit mit der Genschere, ist Folgendes. Wir alle, praktisch alle Säugetiere, die man kennt, auch viele andere Tiere, haben eigene private Viren, von denen man gar nicht so spricht, weil die bei uns im Genom rumliegen und gar nichts tun. Man nennt die endogene Viren. Das sind irgendwann im Laufe unserer Evolution, sind die mal reingehüpft in unser Genom, haben sich da vielleicht auch kopiert und führen aber nicht zu einer Virusinfektion, weil sie irgendwie stillgelegt sind. Also unser Genom hat es geschafft, die auszuschalten. Und man kann sogar vermuten, oder es gibt sogar Situationen, wo diese genetischen Veränderungen, die diese Viren mit sich gebracht haben, von Vorteil waren in der Evolution. Zum Beispiel, weil sie von anderen Organismen irgendwelche biochemischen Tricks mitgenommen haben, in Form von genetischen Gebrauchsanweisungen, die dann von demjenigen, der infiziert wurde, genutzt wurden. Und darum hat man das dann vielleicht einfach in der Evolution in seinem eigenen Genom gelassen. Wir haben als Menschen von ganz vielen anderen Tieren, von Bakterien vor allem, insbesondere haben wir wirklich viel gelernt genetisch auf die Weise, dass deren Gene bei uns schlummern irgendwo in unserem Genom und zum Teil eben in Form von Viren, die eigentlich aktiviert werden könnten, aber sie werden nicht aktiviert. Und diese schlafenden, man sagt auch latenten Viren, die gibt es auch beim Schwein. Und da gibt es eben speziell so ein Schweinevirus, von dem man weiß, dass es im Prinzip aktivierbar ist. Das heißt, endogenes Retrovirus der Schweine. Und davon gibt es dummerweise, ich weiß nicht mehr genau wie viel, ungefähr 50, 60 Kopien in dem gesamten Genom des Schweins. Und bevor man diese Schweineorgane transplantiert, schaltet man die alle aus. Also das ist die Hauptarbeit, diese ganzen eingebauten, ins Genom des Schweins eingebauten schlafenden Viren auszuschalten, weil man Angst hat, dass wenn die in einem komplett neuen Organismus sind, dass die dann vielleicht aktiviert werden könnten. Und dann hätten wir ein ganz neues Virus, plötzlich sowas ähnliches wie das Aids-Virus, was also im Genom des Menschen dann plötzlich ist und vielleicht rausspringen und andere Menschen infizieren kann. Und diese Genetik ist so umfassend erforscht, dass man weiß, man hat alle ausgeschaltet? Oder gibt es da noch das Potenzial für Überraschungen? Da gibt es, also da will ich niemandem Angst machen, aber grundsätzlich gibt es natürlich das Potenzial für Überraschungen bei sowas. Das Schwein ist ja nicht so ein bekanntes Wesen, das man jetzt nun in jedes Detail dort kennte. Man hat zwar die Sequenz, also die Basen, die Abfolge, die Information, muss man sagen, des Genoms vom Schwein, das hat man letztlich. Aber diese Viren, die da eingebaut sind, die sind nicht so auf Anhieb zu erkennen. Also es gibt welche, die man jetzt vielleicht noch gar nicht erkennt. Sodass ich sagen würde, künftige Generationen von Spenderschweinen werden wahrscheinlich noch viel mehr molekularbiologische Korrekturen bekommen, bevor man sie als Spender verwendet, um zum Beispiel weitere Viren auszuschalten, die man dann irgendwann kennt. Und was man auch macht, weil man eben, wie Sie richtig fragen, sich nicht so ganz sicher ist, diese Empfänger von diesen Transplantaten, das sind ja bisher nur eine Handvoll, die das gekriegt haben, aber die werden auch virologisch danach überwacht. Also man guckt dann alle paar Tage mal nach, ob die nicht irgendeine merkwürdige Virusinfektion entwickelt haben. Und auch ihre Verwandten oder Angehörigen, wenn die dann entlassen werden, dann wird also, wer auch immer mit denen zusammen ist, zusammen lebt, auch regelmäßig untersucht, um zu schauen, ob da nicht irgendwelche obskuren Virusinfektionen ablaufen, die man vielleicht durch diese Transplantation gemacht hat. Es gibt auch ganz Triviale, muss man sagen, es sind nicht nur so exotische Sachen, die man auch nicht kennt, sondern es gibt sozusagen auch die Known-Unknowns an der Stelle, die bekannten Unbekannten. Beispielsweise gibt es so ein Virus, das heißt Zytomegalovirus der Schweine. Das ist so im weitesten Sinne verwandt mit Herpesviren. Zytomegaloviren gibt es auch bei Menschen. Aber es gibt eben ein Zytomegalovirus, was speziell auf Schweine spezialisiert ist. Und da weiß man, dass es ziemlich schwierig ist auszuschließen, dass das Schwein damit infiziert war. Also diese Spenderschweine, die kommen schon aus sterilen Zuchten heutzutage. Das wird schon sehr genau kontrolliert, aber so 1000 Prozent sicher ist man sich nicht. Sodass auch da zum Beispiel die Frage ist, könnte es sein, dass so ein Zytomegalovirus damit übertragen wird. Das wird jetzt den Patienten nicht schwer krank machen oder töten. Aber wenn man dann eine Abstoßung hat, eines solchen transplantierten Schweineorgans, dann weiß man natürlich nicht, woran lag es. Lag es vielleicht am Immunsystem, dass da doch was nicht funktioniert hat? Lag es an Begleiterkrankungen des Patienten, dass der insgesamt einfach zu krank war und sein Immunsystem deshalb nicht kontrollierbar war? Hat man die Therapie möglicherweise hinterher falsch gemacht? Oder war da so ein Virus mit im Spiel? Also bei einem der Patienten, die schon mal so eine Herztransplantation bekommen haben, wurde diskutiert, ob da möglicherweise versehentlich ein Schweinezytomegalovirus eine Rolle gespielt hat. Also das ist schon, muss man sagen, ein völlig neues Feld. Das ist sehr experimentell und wir reden jetzt davon im Frühstadium und ich würde mal sagen, vielleicht in fünf oder zehn Jahren ist das so weit, dass es wahrscheinlich an jeder größeren Klinik dann gemacht werden kann. Im Falle von dem Patienten der USA, der 62-Jährige Richard Slayman hieß er, hatte man nicht so richtig viel Zeit, das noch zu erkunden, inwiefern da Viren übertragen wurden. Zwei Monate hat es gedauert, dann ist er gestorben. Das Transplantationsteam des Massachusetts General Hospital sagte aber, der Tod steht nicht im Zusammenhang mit der Transplantation der Schweineniere. Herr Kekulé, wenn man diese Genschere ansetzt, kann man das von Schwein auf Mensch dann wie ein Muster anwenden, eine Methode? Oder muss man das für jedes Schwein und jeden Menschen individuell machen? Man muss es für jede Schweinelinie individuell machen. Das muss man sich so vorstellen, diese Minipigs, die werden ja gezüchtet für die Forschung. Das ist also eine der Tierarten, in die man nicht wiedergeboren werden will im nächsten Leben, weil die eben so ähnlich wie Mäuse oder Ähnliches wirklich im Forschungslabor relativ häufig eine Rolle spielen. Man kann vielleicht auch noch dazu sagen, dass es nicht nur die Größe der Organe ist, sondern die haben eben auch eine ähnliche Physiologie wie der Mensch. Also so Sachen wie Blutdruck und so werden ähnlich geregelt. Die haben den Vorteil, dass sie relativ schnell groß werden. Man muss da nicht lange warten. Die sind auch ungünstigerweise ziemlich friedlich. Wer mit so einem Hausschwein schon mal zu tun hat, die können ganz schön fies beißen oder Kinder über den Hof jagen und wissen sich auch durchaus gegen den Hofhund zur Wehr zu setzen. Diese Minipigs sind also extrem friedlich. Und da gibt es eben verschiedene Gründe, warum das bis hin zu der Tatsache, dass es natürlich viele Methoden gibt, die Gene von diesen Schweinen zu bearbeiten, warum man gerade diese Minipigs hat. Und von denen gibt es jetzt einzelne Zuchten, muss man sagen, Linien. In dem Fall ist es eine Firma in Cambridge, in Massachusetts, also das Cambridge in der Nähe von, oder Stadtteil von Boston letztlich. Da ist es so, da gibt es eine Firma, die heißt E-Genesis. Und die hat eben diese speziellen Schweine mit den 3 plus 7 vorhin erläuterten Veränderungen hergestellt. Und alle Nachfahren dieser Schweine haben genau die gleichen Veränderungen. Also das ist ein sogenanntes transgenes Tier, wie man das dann auch nennt. Und das ist genetisch so verändert, dass die Nachfolger alle, die nächsten Generationen alle, genau die gleichen Eigenschaften haben. Und vielleicht noch ein kleines Funfact am Rande. Diese Minipigs, die sind also so fruchtbar, dass die schon vor der Pubertät oder ganz früh, bevor sie ausgewachsen sind, nicht vor der Pubertät, aber bevor sie ausgewachsen sind, anfangen sich zu vermehren wie die Kanickel. Man muss die also, wenn man verschiedene Geschlechter zusammenhalten will, tatsächlich die Eber kastrieren, weil man sonst von lauter jugendlichen Schweinen oder Schweininnen, dann, also von den Sauen, hat man dann ständig trächtige Tiere. Und weil die noch nicht ausgewachsen sind, macht das dann medizinische Probleme. Es hat aber den Vorteil, dass sie sich eben sehr leicht vermehren lassen und es diese Schweine auch nicht stört, in der Gefangenschaft zu leben. Das heißt, es gibt diese eine Linie jetzt. Es gibt möglicherweise eine weitere Linie in China. Das war jetzt gerade letzte Woche so eine Publikation, wo keiner genau verstanden hat, was die da verwendet haben. Aber es sieht so aus, als hätten sie entweder genau das Gleiche nochmal nachgemacht, wie man das früher von asiatischen Nachahmerprodukten kannte. Oder dass sie vielleicht das Schwein aus Cambridge bekommen haben. Das haben sie nicht so genau gesagt. Das weiß ich zumindest jetzt persönlich nicht. Und da wurde aber letztlich möglicherweise mit einer anderen Schweinelinie, auch wieder Minipix, genau der gleiche genetische, sage ich mal, genau die gleichen genetischen Veränderungen eingeführt, die eben jetzt seit zwei Jahren ungefähr bekannt dafür sind, dass sie diese Schweine prädisponieren für eine Transplantation. Vielleicht noch eins dazu. Perfekt sind die immer noch nicht. Derjenige, der das Transplantat kriegt von dem Schwein, der muss ganz genauso wie jemand, der menschliche Transplantate bekommt, Immunsuppressionen bekommen. Also der kriegt sehr stark wirksame Medikamente, die das Immunsystem unterdrücken. Die sind bei solchen Xenotransplantaten, also wenn es vom Tier kommt, nochmal spezieller mit ein paar extra Nebenwirkungen, als wenn man Allotransplantate hat, also welche, die von anderen Menschen kommen. Also das ist noch lange nicht so weit, dass das Schwein sozusagen für das Immunsystem aussieht wie ein Mensch, sondern es ist nur eine stark abgeschwächte Immunreaktion, mit der man es dann zu tun hat. Aber es ist immer das gleiche Schwein und man muss eben dann gucken bei den Empfängern, ob die, sage ich mal, als Empfänger geeignet sind. Da ist heutzutage eigentlich das Hauptkriterium, dass man sagt, es muss dem so dreckig gehen, demjenigen, der da der Empfänger ist, dass er ohne diese Maßnahme sehr wahrscheinlich sterben würde. Da sagt man Compassionate Use dazu, das heißt also sozusagen der verzweifelte letzte Versuch und nur dann gibt es eine Einzelgenehmigung der Gesundheitsbehörde in den USA, der FDA, dieses Experiment, muss man sagen, was anderes ist es ja nicht, an den Patienten durchzuführen. Im Fall des Chinesen, nur nochmal zur Einordnung, es ist jetzt der 6. Juni 2024, 12.41 Uhr. Wir haben tatsächlich keine Informationen gefunden, wie es dem 71-Jährigen geht, außer dass er wohl eine Woche nach diesem Eingriff wieder ganz normal laufen konnte. Nun ja. Ja, das ist so, man muss vielleicht dazu sagen, der hat keine Niere, sondern Leber bekommen. Das ist nochmal eine andere Linie. Also diese Transplantation von Lebern ist ja nochmal viel schwieriger. Also man kann sagen, Leber und Herz ist extrem schwierig oder Herz und Lunge kombiniert vielleicht auch. Und da haben die Chinesen jetzt so die letzten Monate schon vorgearbeitet. Da gab es im März schon mal die Meldung, dass die Leber transplantiert wurde von einem Schwein in einen Hirntoten. Das ist brutalerweise das, was man zuerst macht, wenn man solche Transplantationsmethoden neu erforscht. Dann versucht man es erstmal an Tieren und wenn es da geklappt hat, versucht man es an toten Menschen, um zu sehen, wie lange dann das transplantierte Organ sich hält. Und da gab es die Meldung im März, dass also das bei einem Hirntoten die Lebertransplantation geklappt hat in China. Und so, dass man jetzt sagen, und dann nochmal ein Hirntoter, glaube ich, im Mai. Und jetzt eben aktuell die allerneueste Meldung, gerade von letzter Woche, dass man eben einem Patienten mit einem großen Lebertumor quasi, wie die Chinesen sagen, eben gerettet hat durch so eine Transplantation, wo der Spender ein Schwein war und man einen Teil der Leber ausgetauscht hat. Wie lang der leben wird, Sie haben es richtig gesagt, wir wissen es nicht. Also die Transplantation war eben am 17. Mai jetzt gerade. Und offiziell ist es so, ich glaube, zwölf Tage haben Sie gesagt, war alles in Ordnung, die Funktion war in Ordnung, die neue Leber hat angefangen, Galle zu produzieren, was immer ein Zeichen ist, dass sie im Prinzip funktioniert. Sie ist angeblich nicht abgestoßen worden, aber es gibt aus China bisher keine wissenschaftliche Publikation über diesen einen aktuellen Fall. Wenn ich es also bis hierhin zusammenfassen kann, Xenotransplantation, irrsinnig kompliziert, aufwendig und wahrscheinlich auch teuer. Herr Kekulé, wer profitiert denn davon aktuell? Also wenn ich es jetzt ein bisschen zynisch sagen würde, auf jeden Fall die Wissenschaftler, die es machen. Ja, das sind ja, das war schon immer so. Also diese Ärzte, die Chirurgen, die Transplantationen machen, das ist nicht mehr so ihre Generation, aber da gab es mal den Christian Barnard, den ich noch als Kind irgendwie mitverfolgen durfte, in Kapstadt, der also der große Superstar war, als erster, der eine Herztransplantation gemacht hat. Bei der ersten Transplantation ist der Patient sofort gestorben. Das war 1967, meine ich, oder 67. Der allererste ist jedenfalls schnell gestorben. Der war in weniger als drei Wochen tot. Aber dann hat er das immer wieder gemacht und nach einer Weile hat es eben dann funktioniert. Und der war damals ein Superstar. Man hat dann so ein bisschen geschimpft und gesagt, na ja, der hat seinen Patienten da in Südafrika, wo ja noch damals Apartheid herrschte, hat er dann immer mehr versprochen, als er halten konnte, gesagt, dass es höchstwahrscheinlich funktionieren wird mit dieser Operation, obwohl der Patient der erste weltweit war, der das über sich hätte gehen lassen. Aber diese Leute sind einfach super, super, super Stars. Und beim Christian Barnard haben dann auch eine ganze Generation von Transplantationschirurgen später gelernt. Oder aus München, wo ich herkomme, da gab es den Bruno Reichert, der inzwischen im Ruhestand, ist, das ist ein Star an der Münchner Uniklinik gewesen. Der hat übrigens dann auch den Lehrstuhl vom Christian Barnard in Kapstadt am Grotes Gür übernommen, als Barnard in Ruhestand gegangen ist. Oder ich selber kenne auch Thomas Statzel, der ist jetzt nicht so bekannt in Deutschland, aber Thomas Statzel war so der Erste, der eine Lebertransplantation in den 60er-Jahren gemacht hat. Auch wieder die Erste erfolglos, da ist der Patient gestorben. Das war ein Opfer für die Wissenschaft, hat das ein paar Jahre später wieder versucht. Und da hat es dann geklappt. Und der Thomas Statzel ist also auch ein Superstar gewesen, wo die Leute aus der ganzen Welt hingereist sind, um zu lernen. Also es ist schon für die Leute, die es machen, für die ganze Industrie, die da außenrum ist, die Firmen, die das zuliefern, bis hin zu den Krankenhäusern, die ihre Reputation natürlich damit aufwerten, ist es schon etwas, wo Leute von profitieren. Die Patienten selber, würde ich jetzt mal ganz brutal sagen, im Moment noch nicht. Also wer so eine Operation über sich ergehen lässt, und das wird fairerweise zumindest in den USA, da kenne ich den Betrieb ja selber am Massachusetts General Hospital, da ist es wirklich so, dass den Patienten sehr fair gesagt wird, dass sie eigentlich ihre Überlebenschance damit nur minimal erhöhen, und das mindestens zur Hälfte für die Wissenschaft und für andere Patienten in der Zukunft machen. Und das muss man den Leuten auch sagen. Ich habe gerade eine ganz interessante Studie gelesen, die hängt nur am Rande damit zusammen, aber es ist vielleicht interessant zu wissen. Es wurde gerade mal verglichen, ob die Teilnahme grundsätzlich an klinischen Studien für neue Medikamente, neue Operationsmethoden oder Ähnliches, ob das statistisch gesehen den Patienten nützt. Und da kam etwas ziemlich Gemeines bei raus, dass die Antwort Nein ist. Also statistisch, es war eine Meta-Analyse, da hat man quasi alle Studien sich angeschaut und mal so geguckt, wie ist es unterm Strich. Also grundsätzlich oder statistisch gesehen ist es so, dass man, wenn man sagt, ich melde mich für ein medizinisches Experiment, irgendein neuer Wirkstoff, neue Operation, irgendetwas in dieser Art, und hoffe damit meine Überlebenschancen zu verbessern. Insbesondere bei Krebserkrankungen ist das ja nicht so selten. Und da ist das ernüchternde Ergebnis dieser aktuellen Meta-Analyse, nein, es bringt eigentlich für den Patienten selber statistisch gesehen nichts. Im Einzelfall natürlich schon, wenn Sie zufällig dabei sind, wie das neue Durchbruchsmedikament ausprobiert wird und Sie sind einer von denen, wo es als erstes ausprobiert wurde, dann nützt es Ihnen schon was. Aber die allermeisten Studien führen eben nicht zu einer echten Verbesserung für den Patienten, sondern man muss sehr, sehr viele Experimente machen, damit endlich mal eins klappt. Und so ähnlich war es bei den Transplantationen früher. Und so ist es auch heute. Das sind jetzt echte Pioniere, die das im Grunde genommen für die Wissenschaft und für die anderen Patienten machen. Und die werden zu Recht auch letztlich als Helden bezeichnet, weil sie letztlich in ihrem desolaten Zustand, in dem sie ja in der Regel sind, sich dann opfern dafür, dass in Zukunft diese Methoden dann irgendwann mal regelmäßig angewendet werden und viele Menschenleben retten können. Zurück zur Xenotransplantation. Sie haben vorhin gesagt, fünf bis zehn Jahre. Heißt das, dass wir wahrscheinlich dann in den 2030er Jahren gar nicht mehr auf Organspenden von Menschen angewiesen sind? Oder würden sie soweit gar nicht gehen? Mit der Jahreszahl ist es schwierig zu sagen, wann man dann soweit ist. Vor allem mit welchen Organen das dann wie gut funktioniert. Aber ich bin sicher, dass das die Zukunft ist. Also es gibt letztlich ja nur wenige Alternativen. Entweder sie haben einen Lebensspender. Es gibt leider auch unfreiwillige Lebensspender. Daran muss man leider erinnern. Oder sie haben jemand, der verstorben ist und spendet. Da kann man nochmal drüber reden. Die Deutsche Stiftung Organtransplantation wird ja gerade 40 Jahre dieses Jahr. Ich meine 40-jähriges Jubiläum haben sie. Das ist ein Trauerspiel. Ja, das funktioniert ganz schlecht, da genug Spender zu bekommen und vor allem die Spenderorgane zum Patienten zu bekommen. Oder sie züchten die Organe komplett im Labor. Da wird natürlich viel dran gearbeitet. Aber so eine ganze Leber zu züchten oder eine ganze Niere mit all ihren komplizierten Verästelungen, was auch immer da drinnen ist. Die Medizinstudenten können da ein Lied von singen, wenn sie geprüft werden. Oder ein Herz oder ähnliches. Das ist, das glaube ich, das dauert noch sehr lange, wenn es überhaupt innerhalb der nächsten 20, 30 Jahre gelingt, so etwas im Labor zu machen. Da wird man eher so etwas wie Blutbestandteile züchten können oder so, aber nicht ganz solide Organe. Und dann ist eben die Alternative, so ein Tier genetisch so zu manipulieren, zum Beispiel so ein Minipig, dass es nicht mehr abgestoßen wird. Und da kann man sich ja weitere Manipulationen vorstellen. Also die Genetik geht ja da in wahnsinnigen Schritten voran, dass man auch die Tierorgane so anpasst, dass sie zum Beispiel für den Chirurgen leichter anzunähen sind. Ja, dass, was weiß ich, die Stellen, wo die Gefäße festgenäht werden müssen, einfach länger sind und ähnliches so. Wenn man Gurken züchten kann, die eine bestimmte Form haben, kann man natürlich durch genetische Eingriffe, kann man auch das Aussehen von Nieren, von Tieren verändern. Und da bin ich sicher, dass man die gesamte Transplantationsmedizin wird sich umstellen in dem nächsten Schritt auf eine Xenotransplantation. Wahrscheinlich von einem Schwein, von Schweinen, die dann auch organspezifisch gezüchtet werden. Diese jetzigen Linien sind ja quasi universell, weil man bei denen nur das Immunsystem verändert hat oder das verändert hat, was unser Immunsystem sieht. Aber man kann eben, wie gesagt, auch das dann organspezifisch machen, dass man ein Schwein hat, was zum Beispiel ein bisschen zu großes Herz hat oder wo die Entwicklung des Herzens gebremst ist. Je nachdem, wenn man zum Beispiel ein Kind hat als Transplantatempfänger. Das ist ja relativ häufig, dass Kinder auf die Welt kommen oder so häufig nicht, aber es ist ein häufiges Problem aus Sicht der Medizin, dass Kinder auf die Welt kommen, die so einen schweren Herzfehler haben, dass die eigentlich keine Überlebenschance haben. Und dann müssen Sie sich vorstellen, dann ist also das Herz irgendwie winzig. Das ist so groß wie die Faust von so einem Kind. Und dann, was sollen Sie da machen? Dann können Sie dann eventuell nichts mehr operieren. Und da wäre es natürlich toll, einen Mini-Mini-Pick zu haben, Nano-Pick sozusagen, dass man vielleicht im Frühstadium, heißt es dann auch Schlachten, also auf jeden Fall tötet, um das Herz zu entnehmen und dann dem Kind zu geben. Und dann müssen Sie aber dafür sorgen, dass das nicht weiter wächst. Wenn Sie ein Tier haben, was nicht ganz ausgewachsen war, dann muss das Wachstum ja unterbrochen werden nach der Transplantation. Sonst wächst ja das transplantierte Organ weiter. Das ist übrigens eine dieser sieben Mutationen, die man einführt oder eine dieser Mutationen, die man einführt bei den Mini-Picks, um sicherzustellen, damit sie nicht weiter wachsen nach der Transplantation. Aber das kann man sich durchaus vorstellen, dass die dann eben sozusagen auch grössengerecht vorgehalten und gezüchtet werden, dass man je nach Alter des Transplantatempfängers bestimmte Linien von Tieren hat, die eben dafür geeignet sind, auch wiederum je nach Organ. Also Sie können sich vorstellen, in der Zukunft wird es nicht ungewöhnlich sein, dass man in der Nähe eines Krankenhauses so eine Art Tierstall dann hat, um die ganzen Spendertiere vorzuhalten. Und das wird natürlich noch eine spannende Diskussion mit den Tierschützern. Das ist klar, wenn Sie so ein Tier quasi nur auf die Welt setzen, damit es dann später ausgeweidet wird. Das ist ja auch nicht besonders freundlich. Aber im Moment ist das das, was wir machen als Menschen. Kurze Verständnisfrage noch mal. Wenn also ein Kind Transplantationsempfänger ist und das Herz des Schweins ganz klein eingesetzt wird, das heißt, es müsste in aller Regelmäßigkeit mit dem Wachstum des Kindes wieder ein neues Organ her oder wächst das dann doch mit? Ja, das kommt eben darauf an. Also theoretisch könnte man sich vorstellen, dass ein genetisch verändertes Schwein so programmiert ist, dass es so langsam wächst wie ein Mensch. Aber eigentlich wachsen Schweine ja viel schneller. Das heißt also, das ist ja auch der Grund, warum die Kotelette so billig sind oder einer der Gründe, warum die Kotelette so billig sind. Und das ist auch ein Grund, warum die praktisch sind als Versuchstiere, weil man nicht so lange warten muss, bis die nächste Generation kommt. Weil sie müssen ja, wenn sie genetische Veränderungen machen, müssen sie immer erst mal überprüfen, ob das bei den Nachfahren noch stabil ist. Und dann brauchen sie wieder die nächste Generation, um zu schauen, ob wirklich dieser genetische Eingriff stabil geblieben ist über die Vererbung hinweg. Und dann können sie das Tier erst verwenden. Das heißt, die wachsen sozusagen absichtlich schnell, haben kurze Generationszeiten. Und perfekt wäre es, wenn man dann das Wachstum so anpassen könnte, dass das, wenn man beim Kind anfängt, mit dem Kind mitwächst. Bisher ist das nicht so. Also bisher macht man das so oder die wenigen, wenigen Versuche. Das gibt nur wenige Ausnahmen, die auch alle gescheitert sind. Also die Kinder sind alle gestorben, wo man sowas versucht hat. Aber das ist letztlich so, dass man da dann jugendliche Tiere genommen hat und natürlich wusste, dass die Organe zu schnell wachsen für das Kind. Und dass man das nur, dass das eine vorübergehende Lösung ist und dass man dann später was anderes braucht. Es gibt einen Fall, der vielleicht bekannt geworden ist. Der war in den 80er Jahren. Der erste meine ich überhaupt, wo ein menschliches Xenotransplantat öffentlich gemacht wurde. Zumindest der erste, den ich kenne. Das war ein Pavianherz, was man genommen hat. Eben auch nicht von einem ganz ausgewachsenen Pavian in Kalifornien, was einem Neugeborenen eingepflanzt wurde, was aufgrund eines Herzfehlers absolut nicht lebensfähig war. Das ist aber nach drei Wochen gestorben in seiner Zeit. Also das mit den Kindern ist nochmal, kann man sagen, ein ganzes Stück komplizierter. Aber es gäbe eben, da muss man ganz klar sagen, eine Indikation. Also es gäbe dann viele Indikationen wegen dieser angeborenen Herzfehler. Ich habe selber mal auf der Intensivstation für die Kinderchirurgie gearbeitet und kann wirklich berichten, da sterben die jeden Tag, manchmal mehrere in einer Stunde, weil es einfach so wahnsinnig schwierig ist, diese Herzfehler zu korrigieren chirurgisch. Nicht immer gelingt und man würde sich oft wünschen, man hätte einfach ein anderes Organ, was man da einsetzen kann. und das wird sicher in diese Richtung gehen, dauert aber noch eine Weile, bis die Technologie so weit ist. Sie hatten es schon angesprochen, die Deutsche Stiftung für Organtransplantation hat im Januar für 2023 die Zahlen veröffentlicht und dann liest man da im vergangenen Jahr um elf Prozent gestiegen. Die absoluten Zahlen, die sehen aber recht erschreckend aus, meiner Meinung nach. 965 Menschen haben nach ihrem Tod ein oder mehrere Organe gespendet. Das sind 96 mehr als 2022, also 11,4 Spender pro Million Einwohner. In den 45 deutschen Transplantationszentren wurden im vergangenen Jahr laut DSO 2985 Organe nach postmortaler Spende aus Deutschland und dem Eurotransplantverbund übertragen. Damit wurde bundesweit 2866 schwerkranken Patienten durch ein oder mehrere Organe entweder eine bessere Lebensqualität oder sogar ein Weiterleben geschenkt. Das klingt sehr nach Mangel. Woran liegt das? Ja, der Mangel ist sogar fast noch größer als wie es jetzt in den letzten Zahlen so ein bisschen sich anhörte, weil man muss wissen, dass einem Organspender im Mittelwert drei Organe entnommen werden. Manchmal mehr, manchmal weniger natürlich. Das heißt, wenn da einigen tausend Menschen geholfen wurde, gab es nur ein Drittel so viele Spender auf der Spenderseite. Es gibt dreimal so viele Empfänger wie Spender. Ja, woran das liegt, das weiß, sagen wir mal so, das ist umstritten. Das ist eine Diskussion, ich kenne die inzwischen schon, möchte ich sagen, seit 20 Jahren ungefähr. Wir sind in Deutschland deutlich schlechter mit dieser Spenderquote als das Ausland. Wir haben eigentlich schon immer eine Spenderquote von ungefähr 10 pro Million gehabt. Und der Anstieg, von dem die DSO jetzt berichtet hat, der war ja nur im Jahr 22, das sind die aktuellen Daten, die man hat, im Jahr 23 im Vergleich zu 22. Das heißt, es gab im Vergleich zu 22 einen Anstieg und 22 gab es aber eine Delle wegen der Corona-Zeit. Nicht, weil die Leute da keinen Bedarf gehabt hätten, sondern die Krankenhäuser haben einfach andere Probleme gehabt und deshalb gab es weniger Transplantationen, sodass man sagen muss, es gab eine Delle 22, die wurde 23 wieder ausgewetzt, wenn man so will, oder wieder aufgefüllt, aber es ist das Vorniveau letztlich erreicht, was bei ungefähr 10, 11 Spendern pro eine Million liegt. Was ja immer genannt wird, ist diese Zahl aus Spanien, die haben fast 25 Spender pro eine Million oder Portugal hat 25,5 pro eine Million, Frankreich hat 21,8 und damit auch doppelt so viel wie Deutschland. Österreich, wo man sagen wird, die sind ja, als Bayer habe ich da Hemmungen, aber man kann ja trotzdem sagen, die Österreicher sind uns doch ziemlich ähnlich und da ist es so, die haben doppelt so viele Spender wie wir und das, woran das liegt, dass die anderen so viel besser sind als wir, da gibt es, muss ich sagen, zwei verschiedene Theorien. Die eine ist die, die so öffentlich eigentlich wahrscheinlich die Mehrheitsmeinung ist, die heißt immer, die Deutschen sind Spender faul, die wollen einfach nicht, man muss die besser aufklären, man muss die auf das Problem hinweisen und dann werden die dann schon auch mehr spenden. Diese Erklärung, die auch der Bundesgesundheitsminister Lauterbach natürlich in seinen letzten Gesetzen zu dem Thema, der gefolgt ist und auch letztlich der Bundestag damit gefolgt ist, die baut letztlich darauf auf, dass es Umfragen gibt, die immer das Gleiche sagen. 70 bis, ich glaube, 84 Prozent ist die höchste Zahl aller Befragten sagen immer, ja im Prinzip bin ich bereit Organ zu spenden. Im Prinzip ja. Wenn es aber dann zum Schwur kommt, ist es so, dass es zu wenig Spender gibt. Das ist ja ein Fakt und da sagt eben die Politik und so war die Gesetzgebung bis jetzt auch hauptsächlich ausgerichtet, dass man gesagt hat, da muss man eben die Leute motivieren. Wenn sie eigentlich wollen, dann haben sie wahrscheinlich nur ihren Ausweis gerade nicht dabei gehabt, als sie mit dem Motorrad verunglückt wurden. Oder ihre Tätowierung war nicht mehr zu sehen. Oder ihr Tattoo nicht. Wobei mit dem Tattoo, ich habe da vorhin natürlich zugehört, aber da würden die Juristen natürlich auf die Barrikade gehen, weil wissen Sie, wenn Sie jemanden brauchen als Spender und der liegt da sowieso schon so rum und Sie haben vielleicht gerade die Möglichkeit, ein Tattoo anzubringen. Oh, Sie haben ja richtig kriminelle Energie. Ja klar, da geht es ja, erstens geht es wirklich um Hunderttausende von Euro Umsatz pro Transplantation für alle Beteiligten. Zweitens geht es um Leben um Tod für den Empfänger. Es gibt einen weltweiten Markt, ich habe es vorhin so am Rande angedeutet, es werden ja zum Teil Menschen in Teilen der Welt von der Straße weggefangen und dann die Organe verkauft. Also das ist leider kein Witz. Und daher muss ich jetzt sagen, in Deutschland wäre es mit Sicherheit vor diesem Hintergrund, dass man weiß, dass das natürlich ein enormes kriminelles Potenzial hat. In Klammern, wir haben in Deutschland da auch nicht eine ganz weiße Weste. Es gab 2012 in Göttingen mal so einen dummen Zwischenfall, wo jetzt nicht sowas krasses, aber wo zumindest die Reihenfolge der Organspender so ein bisschen manipuliert wurde von den Ärzten. Also es ist so, so ein Tattoo alleine wird natürlich nicht für eine juristisch wirksame Willenserklärung ausreichen, um es mal so ein bisschen wieder seriös auszudrücken, sondern das muss man über diesen Organspenderausweis machen oder eben über dieses zentrale Register, was es seit neuerdings gibt. Und das finde ich auch richtig, dass das so dokumentiert ist. Und die Frage ist halt, schafft man das? Liegt es daran, dass die Leute einfach zu wenig Informationen haben und zu wenig Möglichkeit haben, das zu dokumentieren, dass sie Spender sind? Oder liegt es vielleicht an anderen Gründen? Und ich gehöre, wie Sie es vielleicht durchhören, zu der anderen Fraktion, die eigentlich schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten inzwischen eigentlich die Meinung vertritt, dass es nicht an der Spendenbereitschaft liegt, sondern dass es hauptsächlich an der Organisation liegt. Dass das Hauptproblem in Deutschland, im Gegensatz zu den anderen Ländern, wo es gut funktioniert, die Organisation der Organspende ist und dass wir Deutschen nicht so knauserig sind mit unseren Organen im Vergleich zu den Spaniern oder Portugiesen oder sowas, wie es die Zahlen vielleicht erscheinen lassen. Sprechen Sie da gerade die Widerspruchslösung an? Nein, eben nicht. Diese Widerspruchslösung, in dem Zusammenhang mit der Widerspruchslösung habe ich diese Position, das wurde ja lange diskutiert in Deutschland, immer wieder aufgemacht. Also die Leute, die sagen, wir müssen in Deutschland und Deutschen ein bisschen nachhelfen, die sind für die sogenannte Widerspruchslösung. Das ist ja zuletzt, ich meine im Jahr 2022, diskutiert worden, als das Gesetz dann nochmal geändert wurde. beziehungsweise in der Zeit vorher, bevor das dann geändert wurde. Da ist die Grundsatzdiskussion ja die, also in Deutschland hatten wir immer so eine Situation, dass man gesagt hat, es gibt eine Zustimmungslösung. Also das heißt, also Organspende heißt, ich muss zustimmen. Nächste Stufe ist das, was die Juristen dann erweiterte Zustimmungslösung nennen. Das heißt, es reicht aus, wenn ein Angehöriger zustimmt, der für den inzwischen im Koma befindlichen Patienten spricht und sagt, ja, mein Mann zum Beispiel oder mein Vater, der wollte immer Organe spenden und hätte das ganz sicher gemacht. Der glaubt auch nicht an ein Leben nach dem Tod, dem ist das mit Sicherheit egal und der will anderen helfen. Also ich entscheide jetzt quasi für ihn, seinen Willen sozusagen wiedergebend und dann werden da nicht mehr viele Fragen gestellt, sondern da muss man ein paar Unterschriften stellen und dann ist es entschieden, weil sich die Ärzte natürlich freuen, dass sie einen Spender haben. Und dann gibt es die nächste Stufe, das ist das, was man in Deutschland jetzt eigentlich hat, das ist die Entscheidungslösung. Also Entscheidungslösung, so ist es jetzt genannt worden, nach langer Diskussion eben. Ich meine, der Ethikrat hat sich da auch lange Gedanken drüber gemacht. Das heißt, jeder soll die Entscheidung treffen müssen. Also quasi genötigt werden. Also es gibt da sicher keine Strafe, wenn man es nicht macht, aber jeder soll genötigt werden vom Staat, sich zu entscheiden. Will ich Organspender sein? Ja oder nein? Und das funktioniert dann so, dass es verpflichtende Aufklärung, das ist eben seit 2022 Gesetz, es gibt verpflichtende Aufklärungen in den Schulen, wenn sich jemand gewundert hat, warum in der Schule über Organspende gesprochen wird. Eigentlich theoretisch muss es überall in Deutschland sein. Das liegt daran. Zweitens ist es so, wenn Sie einen Erste-Hilfe-Kurs machen fürs Auto, fürs Autofahren, dann muss da ein Block Organspende dabei sein. Auch wenn ich jetzt finde, für die Erste Hilfe am Unfallort bringt das überhaupt nichts, aber da muss über Organspende aufgeklärt werden. Dieses Jahr, ich meine, im September wird es so sein, dass die Passbehörden und die Krankenversicherung haben es zum Teil schon gemacht, die müssen an alle Versicherten und jeder, der einen Pass kriegt, ein neues Ausweisdokument kriegt oder auch einen Personalausweis, der kriegt dann dazu ein Informationsblatt plus ein Blanko-Organspende-Ausweis und es wird ihm gesagt, bitte registrier dich. Es gibt jetzt seit einigen Wochen dieses Zentralregister auch, das ist seit 18. März, glaube ich, online. Das heißt also, es gibt sozusagen, die Idee ist, bei jedem Bürger zu registrieren, ob er Organspender sein will oder nicht, weil man ja hofft, dass dann diese 70 bis 80 Prozent oder bis 84 Prozent rauskommen, die ja immer in Interviews gesagt haben, ja, ja, ich will das machen. Und die Idee ist, dass man damit eben die Zahl der möglichen Spender erhöht und damit also auch, falls jemand wirklich dann als Organspender aus medizinischen Gründen in Frage kommt, weil er einen Unfall hatte oder aus anderen Gründen hirntot ist, dass man dann eine schnelle Entscheidung treffen kann und mehr Spender kriegt. Ich persönlich bin nicht so auf dieser Schiene, ich bin dann nicht so optimistisch, ob das funktioniert, aber gut, das ist jetzt der Weg, den die Mehrheit in Deutschland eingeschlagen hat und wird man sehen, vielleicht funktioniert es ja auch. Also ich lasse mich auch gerne überraschen, es gibt ja manchmal positive Überraschungen. Also aktuelle Zahlen zeigen bei diesem Organspenderregister, dass sich am ersten Tag, also am 18. März, rund 50.000 Menschen registriert haben. Bis Ende Mai waren es 120.000. Was man nicht rausbekommt, auch nach Nachfrage, ich habe es probiert, ist, was die Menschen dann gesagt haben, möchte ich Organspender sein oder haben sie da hinterlegt, ich möchte auf gar keinen Fall Organe spenden? Haben die sich geweigert, Ihnen das zu sagen? Die hatten keine Zahlen dazu, wollten nochmal zurückrufen, aber das ist bisher auch noch nicht passiert. Ja, also das wissen wir nicht. Also ich, wenn ich jetzt unken würde, würde ich sagen, die Allerersten, die sich da angemeldet haben, waren die, die eintragen lassen wollen, dass sie auf gar keinen Fall Organspender sind, weil die haben es natürlich dann immer am eiligsten bei so einer Sache. Man kann auch sagen, wissen Sie, die Zahl wurde ja, die sie gerade genannt hat, die wurde in der großen Presseerklärung am 31. Mai veröffentlicht, von der DSO, glaube ich. Da haben sie gesagt, eben 21.631, die genaue Zahl derer, die sich zu diesem Stichtag registriert haben, aber nicht dazu gesagt, wie viel von denen gesagt haben, ich registriere mich, weil ich will Spender sein. Also wenn das mehr als 50 Prozent wären, die sich registriert haben, weil sie Spender sein wollen, hätten die das dazu gesagt. Das kann ich mir nicht anders vorstellen und die wissen es natürlich, müssen es ja eigentlich wissen. Also das ist sicher etwas, wo man nochmal nachfragen kann und was in die Richtung geht, die ich eben befürchte. Ich bin da kein Fachmann für, das ist ja bekannt, aber ich habe mich schon so lange damit beschäftigt, dass ich vielleicht nur meine Privatmeinung sagen darf und die ist so, wenn Sie Menschen richtig aufklären bei diesem Thema und denen ganz genau erklären, wie so eine Organentnahme abläuft, ich mache es jetzt nicht, um niemanden abzuschrecken, aber ich kann Ihnen nur sagen, es ist eine unappetitliche und ziemlich blutige Angelegenheit und wenn Sie denen ganz genau erklären, wie der Hirntod festgestellt wird und was man dafür braucht und warum die zwei Fachärzte, die das im Prinzip theoretisch gemeinsam feststellen sollen, mit denen und denen Tests sich hinterher absolut sicher sind und Sie erklären das im Laien, im medizinischen Laien, dann ist der, also Sie brauchen mindestens 30 Minuten, um das ausführlich zu erklären und ich sage Ihnen, die meisten Laien, die sagen hinterher, oh nee, also da sind so viele Fragezeichen und wenn ich mir das so vorstelle, wenn ich dann tot bin und die machen mich da auf und oh nee, und was ist mit meinem Auge, nehmen Sie das dann auch? Man hat ja, obwohl man tot ist, also Ihnen wird ja gesagt, da wird etwas ganz Fürchterliches mit Ihnen gemacht, aber mach dir keine Sorgen, du bist dann schon tot. Das ist so abstrakt zu sagen, du bist dann schon tot, deshalb musst du dich jetzt in die Position, du musst dich in deine eigene Position versetzen als Toter und das ist etwas schon, allein damit abgesehen von diesen medizinischen Details, ist glaube ich, der Bürger, wenn er es richtig ernst nimmt, überfordert. Wir haben alle diese Spiegelneuronen, wie die heißen, das ist der Grund, warum es uns wehtut, wenn wir im Fernsehen sehen, wie einer ein Messer reingerammt kriegt oder wenn wir das vielleicht auch live sehen, wie jemand schwer krank ist und dieses Mitleid, was wir dann entwickeln, das ist wirklich biologisch verdrahtet in unserem Kopf, aus sozialen Gründen ist das ja auch sinnvoll, dass wir da mitleiden und dieses Mitleiden durch diese Spiegelneuronen, das machen wir natürlich fiktiv auch mit unserer eigenen Leiche und deshalb ist es wahnsinnig schwer, jemandem zu erklären, nee, das tut aber dann nicht mehr weh. Also deshalb ist meine Befürchtung, wenn ich die sagen darf an der Stelle, dass man es dadurch, dass man es so formalisiert, dadurch, dass es jeder entscheiden muss, ab 14 Jahre, ab 14 Jahre können sie rechtsverbindlich das Nein abgeben, ab 16 Jahre, da dürfen sie zwar noch nicht wählen in Deutschland bisher, aber ab 16 Jahren können sie schon das Ja abgeben, rechtsverbindlich für den Rest ihres Lebens, sofern sie es nicht mehr ändern, dass sie für die Organspende sind und dazu sollen sie jetzt genötigt werden, das zu machen und richtig aufgeklärt eben von der Grundschule weg. Nee, also ich glaube, das wird nicht dazu führen, dass wir mehr Leute haben, sondern ich glaube, dass das eher zu einer zögerlichen Haltung führt. Ich habe jetzt die gewisse Staatsverdrossenheit und das allgemeine Misstrauen in die Medizin, was durch Corona dazugekommen ist, noch gar nicht mit auf die Waagschale gelegt. Ich glaube, in den Ländern, wo es funktioniert oder ich glaube es nicht, sondern das ist das Ergebnis meiner Analyse, die ich schon 2018 mal gemacht habe, in den Ländern, wo es anders funktioniert, besser funktioniert als bei uns, Spanien zum Beispiel, Portugal, auch Österreich, da liegt es an der Struktur, wie die das haben. Bei uns ist es so, wir haben in Deutschland gesagt, was ja gute Gründe hat, auch ein bisschen deutsch ist, also derjenige, der den Organspender vorbereitet, der darf auf keinen Fall was mit dem Transplantationszentrum zu tun haben, was dann die eigentliche Transplantation macht. Um irgendwie zu verhindern, so wenig traut man den Ärzten an der Stelle, dass jemand sagt, ich brauche da noch eine Leber für den und den Patienten, da verdiene ich das und das damit oder es ist vielleicht ein Privatpatient, der irgendwie wichtig ist und da ist jetzt jemand da, der ist doch eigentlich, irgendwie ist der doch tot oder was meinst du? und um sozusagen da so eine Tendenz zu vermeiden vor Ort, muss es getrennt werden, ganz streng getrennt, das müssen andere Personen sein, anderes Haus, es gibt die Häuser für die Transplantatspender und es gibt die für die Empfänger. Das hat aber zur Folge, dass das eben wahnsinnig anonym ist. Wenn Sie Organspender sind, haben Sie keine Ahnung, an wen das geht. Sie wissen nicht, wie schwer krank der Patient ist, ob das vielleicht jemand ist, der sich schon die zweite Leber kaputt gesoffen hat und jetzt wieder ein neues Organ braucht. Das ist ja alles nicht bekannt und Sie haben überhaupt keine Beziehung zu demjenigen, den Sie da retten oder denjenigen, das sind ja meistens mehrere und in Spanien zum Beispiel ist es so, Portugal auch, die so erfolgreich sind in Österreich, etwas anders, aber im gleichen Prinzip. Es gibt gemeinsame Zentren, die regional organisiert sind und wenn irgendwo jemand im Sterben liegt und als Organspender in Frage kommt, dann rückt von dem Organspenderzentrum, rückt ein spezialisiertes Team in dieses periphere Krankenhaus aus, wo da meistens der Motorrad Unfall passiert ist und schaut sich den Patienten an, stellt fest, ob der als Spender geeignet ist und wenn ja, nehmen die dann gleich per Auto oder per Hubschrauber die Organe mit und pflanzen sie ein und organisieren das dann zugleich, dass der Empfänger oder die Empfänger, die sie auf der Liste haben, die dann auch aus der Region sind, vorbereitet werden. Die werden dann angerufen und kennt man ja aus dem Fernsehen, wie das dann läuft. Der Unterschied ist natürlich der, dann können die sagen, pass mal auf, also den Angehörigen, die das ja meistens dann entscheiden müssen. Pass mal auf, das ist so, da ist eine, ein 20-jähriges Mädchen, das hat einen Herzfehler, das stirbt wahrscheinlich in zwei, drei Jahren. Hier habe ich ein Foto von dem Mädchen dabei, das würde ich jetzt gerne retten mit dem Herz ihres Kindes, was tragischerweise im Sterben liegt. Das ist eine ganz andere Entscheidung, die hat dann nichts mit dieser deutschen Aufklärung, jetzt erkläre ich euch mal im Detail, wie so eine Transplantation abläuft, sondern das ist so was Emotionales, ein bisschen aus dem Moment heraus, dass die Angehörigen dann sagen, jawohl, ich bin da einverstanden. Und das ist ja auch in Spanien nicht so, wo sie die Widerspruchslösung haben, dass man einfach gegen den Willen der Angehörigen die Organe da rausreißt, sondern da ist natürlich so, dass in der Regel jemand dabei ist, wenn jemand im Koma liegt und derjenige, wenn jetzt die Mutter, der Vater, der Ehemann, der Sohn oder irgendjemand sagt, nein, ich bin dagegen, dann ist es ein Widerspruch. Also da kann ja auch ein Angehöriger einen wirksamen Widerspruch ausüben. Das heißt also, die müssen auch die Leute überzeugen, so ähnlich wie bei uns. Und die machen das eben erfolgreicher, weil es eben lokal ist, überschaubar ist und irgendwie menschlicher ist, um es mal so plakativ zu sagen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum die erfolgreich sind. Und vielleicht, um das letzte Argument loszuwerden, dann bin ich an der Stelle, ich habe ja politisch verloren, aber ich will es trotzdem noch mal sagen, was ich schon immer gesagt habe, Entschuldigung, das ist eine Wissenschaftlerkrankheit. Aber es ist so, wenn Sie sich mal gucken, es gibt ja viele Länder, wo eine Zustimmungslösung ist, wie bei uns letztlich, bei uns heißt es nicht mehr Zustimmungslösung, aber letztlich das gleiche Prinzip, wo die ganz erfolgreich sind, also die ganz gut sind. Also in Irland zum Beispiel ist die Zustimmungslösung, wie bei uns, die haben fast 14 Spender pro Million im Vereinigten Königreich und man kann Iren und Briten schon irgendwie vergleichen, das ist dann so wie mit den Bayern und den Österreichern. Also im Vereinigten Königreich ist die Quote schlechter, 10,9, obwohl die eine Widerspruchslösung haben. Also da ist es so, dass quasi bei doch irgendwie ähnlichen Menschen, da hier offensichtlich die Zustimmungslösung kein Nachteil ist. Oder Dänemark, die besser sind als wir, mit 14 Spendern pro Million, hat auch eine Zustimmungslösung. Litauen zum Beispiel hat 16 pro Million auch eine Zustimmungslösung. Und es gibt dann Länder, die eine Widerspruchslösung haben, also das, was für Deutschland ja gefordert wurde und meines Erachtens zu Recht nicht eingeführt wurde, die gar nicht so gut sind. Also zum Beispiel ist es so, dass in Ungarn gibt es eine Widerspruchslösung, die haben 13 pro Million, also sind so ähnlich wie wir Deutschen, vielleicht ein bisschen besser. Polen hat 12 pro Million. Also es ist nicht so, dass überall dort, wo die Widerspruchslösung ist oder mit anderen Worten, die Leute mal grundsätzlich als Organspender behandelt werden, solange keiner widerspricht, überall die Zahlen hochschnellen, sondern es liegt meines Erachtens an den Strukturen und daran, dass das Bereitstellen eines Organspenders bei uns auch für das Krankenhaus, wo der dann liegt, eine total anonyme Veranstaltung ist, wo die bis vor kurzem wenig Geld mitverdient haben. Jetzt hat man die Quoten, die Prämien für die Organspende, Krankenhäuser deutlich erhöht. Die kriegen viel mehr Geld als vorher. Das greift aber erst im Laufe des Jahres so richtig. Und da weiß ich nicht, ob das so toll ist oder ob ich mich dann besser fühle in so einem Provinzkrankenhaus, wenn ich dann weiß, die kriegen eine irrsinnige Prämie, wenn sie mich als Spender registrieren. Also das sind lauter so Sachen, wo ich glaube, dass leider Deutschland meines Erachtens da auf dem Holzweg ist. Und ich würde es allen natürlich wünschen, weil wir die Organspender brauchen. Aber ich bin nicht so sicher, ob die jetzt da ergriffenen Maßnahmen, das letzte Gesetz war ja 2022 zu dem Thema, ob die jetzt wirklich da Wunder bewirken werden. Interessanter Blick über den deutschen Tellerrand. Damit sind wir am Ende dieser Ausgabe. Vielen Dank, Professor Kekulé. In zwei Wochen die nächste Ausgabe, dann wieder mit Jan Kröger. Und ich wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Gerne, Frau Böttcher. Das wünsche ich Ihnen auch. Tschüss. Und wenn Sie ein Thema haben, über das Sie gerne mehr erfahren möchten, oder eine Frage, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an gesundheitskompass at mdraktuell.de. Wer das ein oder andere Thema noch einmal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und die heutige Folge zum Nachlesen finden Sie unter audio und radio auf mdr.de. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann empfehlen Sie uns gern weiter an dieser Stelle diese Empfehlung. Es geht um Politik und wegweisende Entscheidungen. Neue feste Grenzkontrollen. In Deutschland braucht es nicht, hat Innenministerin Nancy Faeser lange gesagt. Doch dann ändert sie im letzten Oktober ihre Meinung. Wir schreiben an die EU, dass wir quasi eine Ausnahme im Schengen-Raum beantragen, dass wir lageabhängig Grenzkontrollen durchführen dürfen. Damit ist sie nicht die einzige. Acht EU-Staaten setzen gerade auf Grenzkontrollen, also auf etwas, was eigentlich schon seit Jahrzehnten abgeschafft ist. Wann haben Sie denn das letzte Mal Leute geschnappt? Gestern eine Person, die von Deutschland zurückgewiesen wurde, die halt auf polnischem Gebiet dann genauso ohne entsprechende Dokumente unterwegs war. Warum gibt es wieder Grenzkontrollen in Europa? Der Podcast Die Entscheidung gräbt sich jeden Monat in eine politische Entscheidung, die dafür sorgt, dass wir im Moment so leben, wie wir leben. In diesem Fall um das Schengen-Abkommen und Grenzkontrollen insgesamt. Jeden Monatsanfang neue Folgen in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. MDR aktuell Kekulis Gesundheitskompass Kekulis Gesundheitskompass